Im finalen Teil unserer Videoreihe zum Thema Videostreaming und Konferenzen zeigen wir euch verschiedene Beispielkonfigurationen für jeden Gelbbeutel und Anwendungsbereich. In den vergangenen Folgen gab es die einzelnen Bestandteile im Detail erklärt Video, Audio, Licht und Zubehör. Schaut doch dort gerne auch nochmal vorbei und jetzt viel Spaß! Dieses Video wird euch präsentiert von Rollei, unserem Foto- und Video-Zubehörpartner für Livestreams und Online-Konferenzen. Egal ob Stative, Licht, Filter, Greenscreens und noch viel mehr. Auf rollei.de werdet ihr fündig. Ihr erinnert euch vielleicht an unser Eingangsbeispiel aus der ersten Folge. Wenn nicht, wird euch das hier sicherlich auf die Sprünge helfen. Gut, fairerweise muss das nicht ganz so schlimm sein. Denn moderne Laptops machen einiges richtig, aber da ist dennoch etwas Luft nach oben. Zudem könnt ihr noch mit einem Headset euren Toner ein bisschen verbessern. Die eingebauten Mikrofone, gerade beim MacBook, sind zwar per se nicht schlecht, um nicht sogar zu sagen gut, aber beim Raumhall ist das Ganze vielleicht ein bisschen unangenehm. Wie ihr aber anhand des MacBooks seht, können eingebaute Kameras insbesondere mit einem Headset ausreichend für Videokonferenzen in Teams, Zoom, Skype und Co. sein. Im Folgenden stellen wir euch drei Konfigurationen vor. Die genannten Preisbereiche verstehen sich immer ohne Kamera, da diese teils schon vorhanden seien oder je nach Anwendung sehr im Preis schwanken können. Wenn ihr noch keine eigene Kamera besitzt, dann meldet euch im ValueTech Community Forum für eine individuelle Kaufberatung. Auf Basis der eingebauten Webcam und einem geringen Budget von um die 100 Euro, Diese Lösung eignet sich beispielsweise für diejenigen unter euch, die häufig in Videokonferenzen sitzen und mit einer guten Bild- und Tonqualität herausstechen wollen. Unser Billig-Headset war im Test schon überraschend gut, aber das Moomann EM1 ist erneut eine deutliche Steigerung in der Tonqualität. Es werden zwar mehr Umgebungsgeräusche übertragen, aber die Stimme wirkt viel natürlicher und klarer und es ist weniger auffällig als ein Headset. Das Mikrofon hat zudem einen Kopfhörerausgang, damit ihr euch auch auf Wunsch selbst hören könnt. Mit einer UVP von 40 Euro ist es zudem sehr erschwinglich. Für die Ausleuchtung verwenden wir die Roller Illumis Keylight in der Pro-Ausführung. Man erhält ein für die Größe weiches Licht und kann zudem noch die Farbtemperatur anpassen. Das Stativ bietet Platz für das Smartphone und die mitgelieferte Fernbedienung erlaubt euch eine einfache Bedienung. Solltet ihr bereits eine Spiegelreflex- oder Systemkamera besitzen, dann könnt ihr diese alternativ verwenden. Wenn von eurem Hersteller keine Möglichkeit über Software oder eingebautes UVC angeboten wird, ist die günstigste Variante die Verbindung über einen 10 Euro HDMI-Capture-Stick. Doch ihr solltet hierzu einiges beachten. Wer mehr über das Thema wissen möchte, sollte sich unser erstes Video über Kameras und Capturing anschauen. Mit einem Budget von 300 bis 500 Euro spielt ihr bereits in der Semi- bzw. Profi-Liga. Wir haben bei der Zusammenstellung an Streaming auf Twitch, Online-Seminare, Lehrkräfte und Co. gedacht. Wer mit einem Greenscreen arbeitet, benötigt neben dem Hintergrund eine ebene Ausleuchtung. Rollei bietet einen Pop-Up Greenscreen und das Doppelset der Lumis Keylight Pro für zusammen etwas über 200 Euro. Seid ihr hingegen mit eurem Raum zufrieden und sucht ein gutes Hauptlicht, dann könnt ihr zur Rollei Soluna 260 greifen. In unserem Test haben wir die 60x90 Klicksoftbox mit Grid im Einsatz. Dank des universellen Bones-Mount kann die Soluna 260 aber auch mit vielen anderen Optionen erweitert werden. Funk-Mikrofone sind immer dann eine gute Idee, wenn ihr euch viel vor der Kamera bewegen müsst. Beispielsweise Lehrkräfte an einer Tafel, Whiteboard oder für ein Experiment im Chemielabor. Für eher stationäre Einsätze lassen sich Kondensatormikrofone gut außerhalb des Bildes platzieren. Das SE Electronics SE7 ist ein Kleinkondensatormikrofon, welches gerade in Räumen gut klingt. Alternativ könnt ihr auch zu einem Shotgun-Mikrofon wie dem Godox VDSM3 greifen. Umgebungsgeräusche oder Raumhall machen euch zu schaffen? In diesem Fall kann ein dynamisches Mikrofon wie das BC500 von T-Bone Abhilfe leisten. Das Mikrofon eignet sich auch für Live-Podcasts mit Studiogästen und Livestreamer im Gaming-Bereich. Für die Befestigung der stationären Mikrofone eignet sich ein Mikrofonarm wie der Avermedia Livestreamerarm. Die gezeigten XLR-Mikrofone benötigen zudem ein Audio-Interface wie das Presonis Revelator I.O.24. Weitere Alternativen, Beispielaufnahmen und Hintergrundwissen bekommt ihr in der Folge rund um das Thema Ton. Wer keine hochwertige Kamera hat bzw. nicht direkt in ein teures Kamerasystem investieren möchte, kann zur Opspot Meet4K greifen, welche für eine Webcam ein gutes Bild bietet. Bei Livestreams von der Gaming-Konsole oder PCs benötigt ihr ein HDMI-Capture-Device mit Pass-Through. Es handelt sich hier quasi um einen Splitter, der das Signal sowohl in euren Monitor- oder Fernseher als auch in euren Streaming-PC. Livestreams können echt stressig werden und es kann durchaus eine Herausforderung sein, als einzelne Person in einer komplexen Software wie OBS alles alleine zu managen. Hier können Makro-Tastaturen wie der Elgato Stream Deck, Loop Deck Live oder Avermedia Livestreamer AX310 echte Lebensretter sein. Alle drei Geräte verfügen über eine gute Integration in OBS und andere Software. Die letzte Variante ist eigentlich eher eine Erweiterung des mittleren Setups. Preislich sind dir fast keine Grenzen gesetzt. Nicht, weil wir euch teure Sachen empfehlen wollen, sondern weil die notwendige Ausrüstung je nach Anwendungszweck höchst unterschiedlich sein kann. Vom professionellen Twitch-Stream mit Gästen oder mehreren Kameraperspektiven bis hin zur Live-Übertragung von Firmenveranstaltungen. Bei der Beleuchtung könnt ihr die Soluna 260 um ein paar RGB-Panels ergänzen, um Akzente zu setzen oder um euren Hintergrund interessanter zu gestalten. Eine gute Option sind die Rollei Lumen 600 RGB oder das größere Lumen 900 RGB. Wenn ihr auf einem Live-Event seid, sind LED-Panels eine tolle Lösung für den mobilen Einsatz, weil sie sehr kompakt sind. Mit einer Softbox könnt ihr sie auch als Hauptlicht verwenden. Beim Ton habt ihr in den mittleren Konfigurationen bereits gute Lösungen für Live-Vorträge, Podcasts oder Livestreams für Twitch und YouTube Live. Für die beste Sprachqualität greift zu einem großen Membran-Mikrofon wie dem Luit LCT440 Pure. Solltet ihr mehr als ein oder zwei Mikrofone benötigen, achtet auf ein passendes Audio-Interface mit entsprechend vielen Eingängen. OBS wird für die meisten unter euch die erste Wahl als Streaming-Software sein. Dementsprechend ergibt auch hier die Verwendung einer Makro-Tastatur Sinn. Solltet ihr mit mehreren Kameras arbeiten wollen, dann sind HDMI-Mischer wie der S-ProLink Neolive R2 oder Blackmagic Atem Mini gute Optionen. Auch Komplettlösungen wie die YOLO Live YOLO Box Pro für mehrere HDMI- und Tonquellen, Übergänge, Foto- und Video-Wiedergabe sowie direktem Streaming wie LAN, Wi-Fi oder LTE sind eine robuste, aber eher kostspielige Alternative zu OBS. Unsere Serie neigt sich dem Ende zu, aber das ist nicht das Ende der Thematik. Einige alternative Produkte für Bild, Ton, Licht oder Zubehör haben wir über die Jahre bereits für euch getestet, doch war Streaming nicht zwangsläufig so präsent, wie es das in Zukunft für uns sein wird. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann abonniert ValueTechTV und drückt noch auf die Glocke daneben. Damit YouTube weiß, dass das ein gutes Video war, lasst ihr am besten noch einen Daumen nach oben da. Fragen könnt ihr sehr gerne im ValueTech Community Forum stellen oder schreibt uns einen Kommentar unter dieses Video. Wir hoffen, dass wir euch einen guten Überblick verschaffen konnten. Vielen Dank und bis bald.